Hey Leute, willkommen zu diesem neuen neuen Video. In diesem Video zeige ich euch wahrscheinlich meine beste Runde in dieser Season und ja, das war sogar ein Kronenwin gewesen und ja, schaut es euch einfach nur an und am Ende sage ich noch eine wichtige Info und ja, bleibt bis zum Ende dran, Like und Abonnieren nicht vergessen und dann würde ich sagen viel Spaß mit diesem Video. Finde ich war so gut mit Maus und Keyboard. Kann sie bauen? Aber einen. Ab dem zweiten. Gut. Nein, ich werde noch falsch an. Ich bin noch falsch an verreckt. Scheiße. Komm mal zu mir. Ich krieg grad 2. Eier, hier bin ich jetzt. Ach, hier bin ich jetzt. Ach, hier bin ich jetzt. Aber hier bin ich jetzt. Wo ist er? Bei mir. Ah, hier bin ich jetzt. So kann man spinnen. Oh ja, einmal hier. Bei mir. Ja, bei mir. Ich hab ihn, hab ihn. Mein Luch. Nein, der ist da unten verrückt. Wo bist du hier? Ich kann nichts einsammeln. Ey, tut Gießkane auf mich. Er tanzt. Diese Insel. Ich schwör, Ultima, bist dich. Ultima, lass, äh, Emile looten. Äh. Ganzes Korb, sag ich mal. Warte, ich los der. Oh mein Gott, ich hab, ich hab ihn noch geholt. Einer, glaub ich. Ein Hitz. Ulti, Ulti. Perfekt. Ihr beide. Mein Luder, okay. Oh ja, er stimmt. Das sind echte. Nein, das sind die, 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 die. Ich hab vorhin seit hiermit getötet. Das ist der 1. Das ist der 1. Gute. Nein, der Solo, der Solo, der Solo. Emile. Andere Gegner. Oh, ich bin tot. Ich hab keine MP. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Gut, gut, gut. Aber andere. Andere kommen hin. Die sind gefickt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Gleich. Oh. Ah, ich geh schon so um. 132er oben. Gut. Entfer, hol du dir Loot und wir bleiben hier und halten die Gegner ab. 3 Hat er so. Hat er so an. Hat er mir so den Kill abgestoßen. Ich. Aber kann ich loot, weil du es gut? Ja, hier. Aber gar nicht. Kann ich. Ja, hier. Danke. Oh nein. Scheiße. Ältete mal unten. ich jetzt neue krone leute könnt euch geht euch ja und die einzige dieser beiner ab 1 weg hat oben einer gesniped noch wieder hier hier nur noch die ich bin tot ist da ist er da ist er und die das nein kein wohnen gut und sie den nassen nein so schade ich würde sagen das war es mit diesem video lasst doch mal ein like da wo wenn es euch gefallen hat damit ihr auch keine videos mehr verpasst ein abo und da würde ich sagen schaut vorbei und eine video beschreibung nicht wundern er war auf seinem onkel sein account und ja ich bin derzeit im urlaub wenn ihr dieses video seht auf jeden fall deswegen kommen kürzere videos diese videos sehen wir sind vor produziert und wird an einem bestimmten tag hochgeladen und ja wir sehen uns erst in einer woche wieder mal richtig